Die Europawahl in Österreich 2014 fand im Rahmen der EU-weiten Europawahl 2014 am 25. Mai 2014 statt. In Österreich wurden 18 der 751 Sitze des Europäischen Parlaments vergeben. Ausgangssituation Bei der Europawahl 2009 mussten die beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP Verluste hinnehmen. Die ÖVP wurde stärkste Partei. Ursprünglich entfielen auf Österreich 17 Sitze. Nach der Erweiterung des Parlaments nach dem Inkrafttreten des Vertrag von Lissabon 2011 erhielt Österreich zwei weitere Sitze. Durch den Beitritt Kroatiens reduzierte sich die Zahl auf 18 Sitze ab der 8. Wahlperiode. Bei der Nationalratswahl 2013 wurde die Große Koalition trotz Stimmenverlusten bestätigt. Gleichzeitig kamen zwei neue Parteien ins Parlament, das Team Stronach und NEOS, während das Bündnis Zukunft Österreich den Wiedereinzug in den Nationalrat verpasste. Bei der Europawahl in Österreich sind alle Personen wahlberechtigt, die über die österreichische Staatsbürgerschaft und einen Wohnsitz in Österreich verfügen. Österreichische Staatsbürger ohne Wohnsitz in Österreich sowie nichtösterreichische Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich. Zudem müssen Wahlberechtigte spätestens am Wahltag des 16. Lebensjahr vollenden und am Stichtag in die Wählerevidenz Europa-Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen sein. Das passive Wahlrecht haben bei der Europawahl all jene Personen, die selbst wahlberechtigt sind und am Wahltag des 18. Lebensjahr vollendet haben. Es besteht eine explizite Sperrklausel von 4%. Durch die verwendete Sitzzuteilung nach dem Don't-Verfahren ist aber erst ab einem Stimmenanteil von 5,27% ein Mandatsgewinn sicher. Kandidaturen Um zur Wahl anzutreten, mussten wahlwerbende Gruppen die Unterstützungsunterschrift eines Mitglieds des Europaparlaments, dreier Mitglieder des Nationalrates oder von 2.600 Wahlberechtigten vorlegen. Kandidaturen waren bis 10. April einzureichen. Über die endgültige Zulassung und Reihung entschied die Bundeswahlbehörde am 23. April. Folgende Listen wurden zugelassen. Zunächst war von der FPÖ eine Doppelspitze, geplant, bestehend aus Andreas Mölzer auf dem ersten Listenplatz und Wilimski auf dem zweiten. Mölzer musste seine Kandidatur infolge mehrerer heftig kritisierter Aussagen am 8. April 2014 zurückziehen. Die ursprüngliche Spitzenkandidatin für das BZÖ Ulrike Heider-Quercia erklärte am 8. April 2014 die Kandidatur für die EU-Wahl zurückzulegen. Nach Fusion mit LIF, Wahlbündnis aus EU-Austrittspartei und Bündnis Neutrales Freies Österreich, EU-STOP will der Fraktion Europa der Freiheit und der Demokratie beitreten. Hans-Peter Martin erklärte im März 2014 nicht noch einmal zur Wahl anzutreten. Das im Nationalrat vertretene Team Stroh nachgab am 8. April 2014 bekannt, nicht für die EU-Wahl zu kandidieren. Die Monarchisten-Schwarz-Gelbe Allianz sammelte Unterstützungsunterschriften, konnte aber die geforderte Anzahl nicht beibringen. Die Parteibündnis Zukunft Österreich und das Wahlbündnis Europa anders sammelten trotz der Möglichkeit, die Unterschrift eines ihrer Kandidaten zu nutzen, die notwendigen 2600 Unterschriften. Umfragen Ergebnis Endgültiges Ergebnis Endgültige 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 Endgültige